etwa von hier machen müssen weil die schleuder hört er jetzt wieder also er da kommt die schleuder hört er wieder kein rauch ohne feuer mein nachsehen war sinnlos war sinnlos ohr mädel luft doch das ist her ich sehe mich mal um Sie suchen überall. Okay. Alles gut hier. Hm. Aber wie kommt man denen vorbei? Muss ich den da oben abknallen? Sag mir, wenn es zu schlimm wird. Ich halte euch. Bis wir in Sicherheit sind. Weil wenn wir den umlegen hier, dann sieht der da oben bitte. Also würde ich eher den da oben nehmen. Weg frei. Sei... Sei vorsichtig. Du bist müde. Keine... Sorge. Jetzt sagt sie Weg frei. Wir müssen nach oben, oder? Ach, da müssen wir lang. Nee, Quatsch. Das ist ja die Kiste, wo wir vorhin dran waren, wo der uns zu sehen hat. Aber wir müssen da irgendwie hoch, oder? Na, der ist jetzt Kecke, was ich mache. Nischt. Nischt. Im Weg rumstehen. Ach ne, doch nicht. Da! Oh! 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 Oh, oh! 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 Ah! Weiß어! Oh! Was ist das? Ist das Pär, was brennt? Tolle Wurst, Richard. Ganz toll! Ja, war falsch. Ich wollte eigentlich einen Topf hinschmeißen, dass er hingeht gucken und dann hätte ich die sicher angemacht. Das hat mir jetzt nur Punkt gebracht, gerade hier die Aktion. Und der da drüben, der nervt sich auch richtig. Weil ich kriege ja nie weg. Da müssen wir hoch. Ernsthaft? Also ist ja unsere einzelne Möglichkeit. Immer nur warten. Äh, hallo. Weg, weg. Achso. Er läuft durch den Pär durch. Wenn er runter geht, dann gehen wir mal rüber und klettern hoch. Weil der da unten, weiß ich nicht, ob der uns sieht. Was macht er? Der guckt da jetzt da. So, jetzt mal schnell gucken, 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 gucken. Ich will. Ohhhh. Ohhhhhhhh. Falscher Alarm, hier ist nichts. Falscher Alarm, alles Falscher Alarm. Was ist das? Er wird uns entdecken. Eindringlinge, halten wir sie auf. Sie sind da hoch, in den Arm. Da, es ist Eindringlinge. Guck mal, bloß Truppen, ich habe kein Messer. Warum nimmt man den nicht? Ach, weil ich den falschen Stein habe. Ich muss echt da vor und denn da rum. Das waren die, ganz sicher. Kommt er näher. Der kommt von drüben, der ist uns gefolgt. Versteckt euch ruhig, aber ich finde euch. Ist natürlich lästig jetzt, dass der da läuft. Die Frage ist, wenn wir drinnen sind, haben wir denn Ruhe? Jetzt kommt er wieder zu. Ach, ah je, da ist ja noch einer. Ja. Dann können wir mal woanders suchen. Dann können wir mal woanders suchen. Oh, jetzt kommt er aber weit nach vorne, oder? Ach komm, du die ganze Zeit warst du hinten, wo ist jetzt hin? Die können nicht weit sein. Die sind alle noch angekratzt, so wie es aussieht. Also Entspannung sieht anders aus. der ist da hinten, der läuft nach hinten und der da oben ist lästig der kommt auch wieder jetzt oder nie meine güte du brauchst keinen Sport, spielst du jetzt spielen vorab gibt es hier was? ich tue alles was ich kann du schaffst das schon bald sind wir auf dem Meer ja es stinkt so sehr lauter tote nein nein stirb nicht mir ist schwindelig nein nicht einschlafen bitte wach auf bitte was nein nein sie kommen amicia beweg dich amicia wach auf ah sie sind hier amicia du musst aufwachen was soll der ganze krach mir nach oh nein soldaten nein nein amicia wach auf sie sind auch hier nein sie sehen uns was soll ich tun amicia amicia die junge die junge was war das echt oh du bist zurück geht's dir gut was ist passiert cool höre ich da ratten keine sorge sie helfen uns was hey ratten hast du gesehen ratten ja was ist hier passiert sie fressen unsere Männer auf vorsicht soldaten ich kann nicht ruhig aus ich mach das wie ich zeig's dir warte was ist los klärt es hier hau 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 so hier klärt die geschichte erst bei sind den quatschen hast du wirklich ja kannst du aufstehen ich muss ruhig los gehen wir hast du sie wirklich beherrscht ja ich darf sie benutzen na gut gehen wir erst mal weiter ich darf sie benutzen sehr freundlich aber deswegen muss ich mir trotzdem noch weiterhin platz verschaffen jetzt verkehrt okay ach so was ist denn wenn ich jetzt hier volle pulle licht mache also so ranatenstark wisse so nee das nicht den sondern äh der mit dem ding war das nicht so dass das denn megamäßig abtackelt wie wie fühlst du dich ich ich bin ich es bin es bin Okay, die haben ja alle lecker Speise, oder? Wenn ich rankomme, bin ich trotzdem dran, oder? Du musst mich schneller bewegen, du bist der Marke, ey. Da ist ne Tür, wir machen das Buch. Ob das Material noch oben ist, oder so, vielleicht. Können wir noch was bauen? Äh. Ein Stück Stoff, der ist neu. Dein Verband ist schmutzig. Wechseln wir ihn. Wir könnten die hier verwenden. Sie sind sauber. Ja, aber nicht rot nehmen, oder? Wir sind hier lieber Rambo. Damit fühlst du dich besser. Hoffentlich. Welchen? Ist Meg... Den da. Nicht bewegen. Entschuldige. Fertig. Danke. Ich hoffe, das hilft. Ach, das ist ja süß. Machen wir an der Erinnerung. Ich bin ja absolut... Freue ich mich drüber. Na, hier war eine von den Beinen Erinnerungen. Das war die, die wir vorhin liegen lassen haben. Ja. Na ja. Meine Güle, das sieht aber demoliert aus. Jetzt schauen wir mal, ob wir was machen können. Wir können natürlich nix machen, weil Michael immer noch ein Material hat. Ah, das fängt schon... Also musst du schon ganz schön sammeln, wa? Also im ersten Teil waren es unterschiedliche Materialien. Und hier sind zum Schluss immer... Oder haben sie es einfach zusammengeführt. Kann auch sein, wa? Was sagen denn unsere... Sollen wir uns mal ganz gut gucken. Okay. Durch die Optimierung ihrer Alchemie kann Amicia bei der Herstellung von alchemischen Systemen... Okay. Das war die Sache. Mit dem Schleichen sind wir ziemlich hochgekommen, okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Wo sollen hin? Da hinten hoch? Lass die Toten! Wenn wir das Mädchen nicht kalt machen, er geht's uns schlimmer als denen! Soldaten, Ratten, Vorsicht! Ich pass auf dich auf! Ja. Ach, bitte. Aber über die Ratten muss ich mir doch... Jetzt minimal nur ein Kopf machen, oder? Also ist schon, ja. Du darfst nicht rinrennen, aber... Wir können sie immerhin jetzt schon verwenden. Also daher... Daher... Bin ich gerade positiver Dinge. Haha. Amicia. Da verstecken sich Ratten in den Becken. Vielleicht kannst du sie rauslocken. Was ist denn nicht viel zu hell hier? Ist denn nicht viel zu hell hier? Na los, benutzt sie. Ja, ich bringe uns da durch. Freunde, ich bringe mich. Echtes Wurf, wa? Der Lichtinsel nicht ruhig? Scheiße, der ist tot! Verdammtes Pack. Schrecklicher Tod. Den lassen wir mal zurückkommen. Guck mal, wie es ihm jut geht. Ist ihm jut. Jetzt hau ich hier fest. Scheiße. Sorry. So, Blase. Da unten ist noch einer. Den Humus noch. Guck mal in die lang. Ah, der hat ne Fackel bei, wa? Die eine da unten noch? Ja, der hat noch. Gut, denn, äh... Da ist noch einer ohne Fackel. Wo ist der? Leute, beruhigt euch. Scheiße, also, ich mag's lieber. Ich brauche eure Hilfe. Wir schleichen ein Ringlinge, oh. Ah, hier. Drinnen die Tür. Leute, ich komme. Ich brauche eure Hilfe. Ach, da. Hey, hey, hallo. Er ist tot. Vorsichtig. So, dann bringen wir die Ratten mal wieder runter. Ja. Und dann, äh, schauen wir mal. Der ist gut. Der ist doch ohne Fackel. Also, alle, die ohne Fackel, die holen wir uns. Der hat wohl ihn im Bein, ne? Er ist... Geschafft. Ich hab's ihnen gezeigt. Ja. Aber sei vorsichtig. Ja. Mach. Nicht die gleichen Fehler wie ich. Das ist alles. Scheißvieh. Ganz langsam. Ich geb mein Bestes. Das wird ja jetzt. Ich hab's nicht mehr los. Ja. So, ich hab's nicht mehr los. Die Ratten rufen. Sie mögen es, wenn ich sie benutze. Genau deswegen musst du aufpassen. Es sind zu viele. Zu viele. Sie hören nicht auf mich. Aha. Junge, dreh dich doch um. Geh weg. Doof hinter den... Nein, 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 nicht zu uns. Du bist so ein bisschen doof, oder was? Was die anderen nur gerade zu machen, loben. Die Arbeiter sind alle tot. Das warst nicht du. Ich weiß, aber es hört nie auf. Wie sie hinter ihm hermachen. Wie sie hinter ihm hermachen. Wir haben Opfer, such dich. Was war das? Augen auf! Was ist gelockt? Da versteckt ihr euch also. Bleibt weg. Scheiße, wo sind die? Oh, nee, 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 nee. Weg, 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 weg. Weglaufen ist jemals. Jetzt steht der vor dem Brett, der Typ. Ich krieg gerne ein Fühl. Oh. Ist doch nie wahr. Wo kommen denn bitte schön die Benen jetzt wieder her da? Mal diese nachträgliche Spawn von Gegnern, ja? Und jetzt luft er da rüber. Ist der hoch war. Das wäre zu schön gewesen, wenn man mal durchkommt, ohne Druck zu gehen. Oh nein. Wir haben Opfer. Sucht alles ab. Wir haben hier Unruhestifter. Augen auf, Männer. Aber wer würde willkommen zurück. Ich sehe sie! Was jetzt, Amicia? Vereilen.